Hallo und herzlich willkommen zu so einem Video. Heute ist Freitag und anlässlich dazu, dachte ich mir, drehe ich einfach mal ein Video, das sich nennt 5 Arten von Freitagen. Fangen wir an mit dem ersten. Und zwar, jeder kennt es, man kommt nach Hause und man hat einfach den Drang zu zocken. Komm, los. Im nächsten Clip, jeder sollte es auch kennen, man kommt nach Hause, will eigentlich voll ins Wochenende durchstarten, aber dann kommt alles plötzlich anders, man wird müde und könnte eigentlich das ganze Wochenende durchpennen. Also ich hätte schon Lust ein bisschen feiern zu gehen. Ach, komm. Was mach ich eigentlich? Dann gibt es aber auch noch die Leute, die überhaupt nicht Wochenende schlafen können, sondern am liebsten das ganze Wochenende durchfeiern würden. Äh, ja. Seht selbst. Lust drauf feiern? Okay, bis gleich. Und dann gibt es auch die Leute, die es sauber haben wollen und das Wochenende einfach dazu nutzen, um zu putzen. Nein! Och, gar kein Bokeh. So, jetzt geht es mit dem eigentlichen Thema weiter, und zwar putzen. Mit Aquariumwasser putzt man doch, oder? Alles gut? Hier drinnen? Mensch, aber jetzt habe ich wenigstens was zum putzen. Jetzt darf ich hier nämlich alles erstmal ja schön trocken machen. Och, Mensch, das ist doch hier. Mann! So, ich hoffe, das hält. Und dann gibt es noch die Leute, die den Freitag nutzen, um einfach produktiv zu sein. Um Videos zu drehen, zu schneiden und hochzuladen. Jo, Leute! Willkommen zu so einem Video. Und ich werde meinen Tag einfach wieder so random mit der Kamera begleiten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Das waren jetzt meine 5 Arten von Freitagen. Wenn ihr noch ein paar Arten habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich da noch einen zweiten Teil draus machen. Und ja, das war es mit diesem Video. Wenn es dir gefallen, gibt es Bescheid. Einen Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal und ciao!